Aber, schau mal, wie geil, ohne Spaß, das sieht doch geil aus, oder nicht? Ah, da war so eine Animation, das habt ihr nicht gesehen. Okay, okay. Okay, Leute, wir werden jetzt die neuesten Snapshots, das neuesten Snapshot sehen. Es gibt angeblich neue Dimensionen, ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, LP, was hast du denn hier gemacht? Dann zeig uns mal, okay. Oh, nee, ja, alles noch gleich. Aber ich glaub, nee, nee, das gab's halt schon, ne? Oh, 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 oh. Box of Infinite. Hä? Hä? Okay. Loll. Digga, Autoshop, also wirklich. So. Okay, ich hab also hier so Bücher. Und hier gibt's ein paar Gründerarten. Wirf ein Buch ins Portal. Oha! Alter! Okay. Ich bin gespannt, Leute, ich hab noch nichts gesehen. Okay. Was zur Hölle ist das? Bubble Coral Block? Alter, ist das ein Modpack, Alter? Oha! Das ist auch nicht die Dimensionen, oder wie? Oh. Bombs. What? Lol! Hä? Was zur Hölle? Alter, was ist mit Minecraft passiert? Junge, Minecraft ist jetzt ein Modpack gefüllt. Hä? Gibt die diese... Achso, okay. Hä? Äh, die wird's geil. Hä? Aber warte mal. Aha! Hier sind die anderen Quads, ne? Aha! Rob Coloss. Junge. Krass. Also, es ist immer noch ein normales Minecraft, aber halt anders, so, ne? Okay, Dimap ist quasi gleich, aber halt immer so... Ähm, jetzt die Frage. Kann man das auch normal im Singleplayer quasi betreten oder nur im Game-Mode? So. Das ist nur ein April-Scherz. Stimmt. Das kann ein April-Scherz sein, ne? Oh, stimmt. Oder? Ne, ist locker. Oder? E-Wilts geil, ey. E-Wilts geil. Er ist richtig geil gemacht. Ingen Reckampack. Hier ist ne Falle, oder wie? Krass. Krass, wirklich. Krass. Bob. Home Seat Home. Was ist das für ein Item, Alter? A very fine item. Aber das findest du... Aber das ist ja nicht im Echten. Also, das ist ja wirklich ein... Scherz nur wahrscheinlich, oder? Ich sag mal so, ich würde es echt feiern, wenn das for real so wäre. Aber ich glaub, das ist ein... Oder? Leute, was denkt ihr? Ist das for real oder ein April-Scherz? Egal. Ja, das... Ja, okay. Das war ja ein April-Scherz, obviously. Aber... Schade. Ich hätte es wirklich gefeiert. Schade. Swaggy is there ever, echt? Okay, aber das Wichtigste, Leute. Was passiert hier? Oh, shit. Oh, shit, Leute. Unsere Insel ist einfach dark. Unsere Insel ist einfach dark. Nee, warte. Ah, das ist unsere Insel. Nice. Eisbadrock. Geil. Nice. Okay, was ist hier los? Creeper. Okay. Stark. Stark. Was sagst du? Nebelnix. Komm, ich... Feier ich auf jeden Fall. Hm. Ey, ist schon geil, ne? Aber die haben sich auf jeden Fall auch gute Mühe gegeben. Also, das kannst du ja nicht einfach so machen. Richtig stark. Richtig stark. Ja, schade, dass es nicht real ist. Das ist ja echt so. Ey, wenn das real... Also, ich meine halt... Es gibt ja... Warte mal, wo ist es gerade? Wo ist es? Hast du gerade hier noch gesehen? Äh... Irgend so ein Block. Hier. Box of Infinite. Ding. Machst halt so ein Portal auf, ne? Ganz gechillt. Und dann gibst du halt so random Bücher, die du finden kannst. Die schmeißt du hier rein. Und dann kommst du einfach in eine andere Welt. Das ist halt so geil. Das ist echt geil, Alter. Aber... Das wäre halt übel stark. So, ohne Spaß. Geil. Ein Swag Attack in der April-Version. Lass mal ohne Spaß. Wenn die das nicht remove'n... Ich weiß, lass Swag Attack in der Version machen. Weil das hat schon was. Schau mal. Und die Frage ist jetzt, wo kriegst du diese... Kannst du die... Wie kann man die craften? Äh, LP. Weißt du, wenn die craftet? Die, äh... Infinity Book-Teile. Die Frage wäre, was bringt's? Ja, bringt halt gar nix. Aber ist halt geil. Aber das sind auch nicht... Das sind immer dieselben Buchs, ne? Pro, äh... Block. Ne. Doch. Okay. Schmeiß rein. Dann kommst du aufs Neue. Noll! Oh, schau mal, das zum Beispiel. Okay, das sind halt die Bonus-Eier-Truhen. Am Anfang. Aber... Schau mal, wie geil. Ey, ohne Spaß. Das sieht doch geil aus, oder nicht? Boah. Ich find das übelst heftig. Ich find das richtig geil. Alter. Natürlich... Also grad lagts halt. Aber das sieht doch übelst heftig aus, oder nicht? Geil. Ey, auch wenn's ein Appelschatz ist, die könnten das wirklich ein bisschen... Die könnten das wirklich versuchen, so ein bisschen, äh... in Minecraft zu interpretieren. Also for real jetzt. Da ist immer verschiedene... Ja, es gibt... Es gibt vier Milliarden, äh... Dimensionen quasi. Vier Milliarden. Mal gucken, was hier kommt. Du kannst hier so oft, äh... das durchmachen. Let's go. Bam. Blaues Portal. Und wir sind... Ja. Irgendwie so ein Endfestung mit... pinken Stuff. Und hier sind überall Schiffe. Stark. Ey, schon geil. Ey, genau zwei Millionen. Ey, zwei Milliarden. Oh, das. Und damit kann ich mir jetzt auch weiter tippen, oder nicht? Ja, das ist unendlich immer. Immer unendlich. Schon mal solche... Solche... Schon mal so... Sachen mit Glas sind übelst geil, finde ich. Das hat irgendwie was. Haar ist aber hier. Auge. Goldblöcke, Herze. Wopped Fence Gate. Okay. Ja, also wie die das auch machen, so, ne? Ist, äh, geil. Hätte ich gleich gemacht. Okay, wenn ich ein Buch... Wenn ich eine Box of Infinity Books wäre, wie würde ich mich craften lassen? Also, auf jeden Fall mit deinem Buch, ne? Ist ja klar. Hm, hm, hm. Wie könnte man das craften, Leute? Wie könnte man das craften? Ja, weißt du, ich google einfach, ey. Ganz ehrlich. Ich google einfach. Swaggiest stairs ever. Geil, ey. Ich kann auch wissen. Ey, das Buch muss doch hier sein. Oder der Block halt. Ja, Firefoxbeste. Man kennt's. Ja, April 1. Ja, ist obvious. Obvious. Aha, hier. Hm. Ach, die kannst du gar nicht craften. Oder wie? Oh nein, die kann man nicht craften. Nein, die kann man nicht craften, Leute. Oder? Nee, ist ein Image. Schade. Ähm. Sowas könnte man wirklich was geiles... Okay. Schade. Nee, der kann sich craften. Ah, schade, schade, ey. Das ist echt cool. Na gut. Na gut. Dann will ich sagen, Leute. Machen wir weiter. Aber war auf jeden Fall stark. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Version. Ich hoffe, das bleibt doch. Also, die lassen eh alle drin, ne? Aber interessant. Auf jeden Fall. Interessant. Dann gehen wir weiter, Leute. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Okay. Ein Cut.